Das blaue System, Arkons Alter und Terras neuer Gegner, hat bedingungslos kapitulieren müssen, nachdem die Raumstationen zerstört wurden, die die Energien zur Aufrechterhaltung des gewaltigen Schutzschirms lieferten. Ihres Schutzes beraubt werden die Arkonen schon um der reinen Selbsterhaltung willen in Zukunft Frieden halten, das ist gewiss. Ebenso gewiss ist aber auch, dass Peri Rodan und seine Leute, ebenso wie Atlan, aufgrund des turbulenten Geschehens der letzten Zeit, den Antis zu wenig Beachtung schenkten. Und so erhielten die Antis, die Diener des in der Galaxis fast überall verbreiteten Ballol-Kultes, die Chance, ungestört ihren 10-Jahres-Plan anlaufen zu lassen, einen 10-Jahres-Plan des Schreckens. Welche furchtbare Konsequenzen dieser Plan für die Menschheit und andere galaktische Intelligenzen haben soll, davon erhalten die auf dem Planeten Lepso eingesetzten Agenten der Abteilung 3 einen ersten Einblick, als sie in die Wüste des Todes vordringen. Entdeckungsbare Konsequenzen Und damit Hallo zur neuen Ausgabe von Stardusthofterra, heute mit Folge 108, das heißt wir sprechen über Band 108 der Peri-Rodan-Heft-Roman-Serie im Zyklus Die Pospis. Die Wüste des Todes, so gut wie Tod, Agenten der Abteilung 3 auf den Spuren der Antis. Autor ist heute Kurt Marr, in Illus und Titelbild natürlich von Jonny Bruck. Erstmals erschienen ist das Heft am 27. September 1963. In der Handlungszeit ist es der Februar 2103 und wir befinden uns auf Lepso. Lasst uns kurz einen Blick in die Innenillustration werfen. Die sind nämlich wirklich, wirklich, wirklich gut und passen super in dieses Semi-Horror-Szenario und passen wirklich sehr, sehr gut zu Szenen, die im Roman so vorkommen. Also wer die nicht gesehen hat, wer nur das E-Book gelesen hat, geht auf die Peripedia, schaut euch die an. Die sind auf jeden Fall einen Blick wert. Da passt natürlich auch sehr, sehr gut dazu das Titelbild auf dem Cover. Leider, muss ich sagen, gefällt mir das von der Illustration nicht so wirklich. Es kriegt auf jeden Fall den Daumen für den Handlungsbezug, ja. Aber darüber hinaus würde ich jetzt meinen persönlichen Daumen eher so waagerecht in die Luft halten. Gehen wir mal rein in den eigentlichen Roman und schauen mal, welche Raumschiffe diesmal mit dabei sind. Da haben wir einen leichten Kreuzer der Staatenklasse, das ist die Florida und einen Frachter, mit dem Ron Landry nach Lepso bzw. nach Firing 2 kommt. Das ist die Efraim. Wir haben folgende Personen mit dabei. Das ist einmal Dr. Zucklert, das ist der Schweizer Forscher, Biologe, der auf Lepso aktiv ist. Gerard Lobsen, das ist ein Abhängiger. Major Kinzum, der gehört zur Florida-Besatzung. Wir haben Major Ron Landry, der ist natürlich bekannt. Wir haben Oberst Niki Quinto, wir haben Captain Larry Randall, wir haben Lester und Herrings, das sind zwei Männer der terranischen Rückendeckung, die Quinto Landry mitgeschickt hat. Wir haben Edmund Ewer, das ist ein ganz besonderer Kollege von Dr. Zucklert. Und wir haben den Inspektor Neri, der Mann von der terranischen Handelsmission. Starten wir rein in die Handlung des Romans und beginnen mit Kapitel 1. Auf der Freihandelswelt Lepso oder eben auch Firing Nummer 2 ist die Hölle los. Gerard Lobsen trifft sich mit Dr. Zucklert zu einer Arbeitsbesprechung, als der Biologe vor seinen Augen zu mumienhaften Kreisen degeneriert. In Panik flieht der junge Mann, anstatt dem armen Kerl zu helfen. Auf der Florida, dem leichten Kreuzer, geht bei Major Kinzum, dem Kommandanten, einen TTT-Spruch ein, ein besonderer Hochrang-Spruch. Und der damit verknüpfte Hochrang-Schlüssel verleitet den Kommandanten des leichten Kreuzers der Staatenklasse dazu, den geplanten Rückflug nach Terra zu unterbrechen. Die Florida war nahe des galaktischen Zentrums unterwegs und soll nun die neuesten Erkenntnisse an das flotten Hauptquartier weitergeben. Doch der Spruch lässt ihn so nervenstarken Kommandanten erschaudern. Dr. Zucklert, der Schweizer Wissenschaftler mit Wohnsitz Zarnot auf Lepso, erschrickt den Major mit seiner eingefallenen Mumiengestalt. Der Spruch wird unplanmäßig unterbrochen. Als man von Seiten Florida erneut versucht, Dr. Zucklert zu erreichen, erfährt man, dass dieser von der Handelsmission der Terraner aus angerufen haben soll. Dort weiß jedoch Inspektor Neri nichts vom Biomediziner und die Konfusion ist perfekt. Auf der Erde bereitet der cholerische Chef der Abteilung 3 der Interkosmischen Entwicklungshilfe Niki Quinto Major Ron Landry für seinen Einsatz auf Lepso vor. Da Zucklert nicht der Erste befallen ist, soll der Sonderagent die Hintergründe in Erfahrung bringen und der Sache einen Riegel vorschieben. Zweites Kapitel Major Landry landet auf der Freihandelswelt Lepso, die bereits früh in der Serie als Sündenfuhl eingeführt wird und an dessen Geschäfte die Solare Regierung einen guten Schnitt macht. Im Vielvölkergemisch der Handelswelt lernen wir die Matsch-Trampler kennen, deren Heimatwelt jenseits des Milchstraßenzentrums liegen soll. Der Taxifahrer, der den Sonderagenten in die Stadtmitte bringt, berichtet von einer Änderung auf dem Planeten, sind alle von einer steten Unrast erfasst und haben keine Zeit mehr. In seinem Hotel angekommen, bekommt Ron Besuch von einem Vertreter des nur 8000 Seelen umfassenden Volkes von Matsch-Ramp und diese Wesen sind quasi Telepaten, die sehr intensive Wünsche ihrer nahen Mitmenschen wahrnehmen können. So hat dieser Matsch-Trampler, den er eben auch am Flughafen gesehen hat, erkannt, dass Ron einen Vermissten sucht. Doch auch der Matsch-Trampler selbst erzählt Landry von einem verschwundenen Artgenossen. Die beiden vereinbaren, sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten, wenn sie etwas zum Zielobjekt des jeweils anderen herausfinden. Der Fremde verschwindet mittels einer Teleportation. Drittes Kapitel Noch bevor sein Gepäck und seine restliche Ausrüstung auf Lepso eingetroffen sind, macht sich Landry auf den Weg, um dem Büro des Biomediziners einen ersten Besuch abzustatten. Doch bevor er die Räume erreicht, stürzt er in einem Antigrafschacht ab und geht K.O. Als er wieder zu sich kommt, findet er sich in einem dunklen Raum wieder, den ihm Gerard Lobser, also der Person, der ihn gefunden und der ihn hier dorthin gebracht hat und damit auch gerettet hat, als Büro von Dr. Zucklott verkauft. Doch schnell wird klar, dass sich der Agent in einer Entführungssituation befindet. Zwei Springer und eine Ara flößen ihm einen seltsamen Likör ein, den auch schon Gerard Lobsen, der sich ebenfalls in der Gewalt der Fremden befindet, bekommen hat. Als die Springer wieder auf die mittlerweile eingesperrten Terraner eindringen, macht es den Eindruck, als wollten sie den Terraner mit medizinischen Mitteln zum Reden bringen. Die Lage ist verzweifelt. Viertes Kapitel Doch ein Unbekannter greift ein, den Landry eben für seinen Bekannten vom Planeten Marge Ramm fällt. Und die beiden Terraner können fliehen. Landry, der einen Handstrahler der Springer unter seine Kontrolle gebracht hat, bringt Gerard Lobsen in Sicherheit und als die beiden sich ein wenig Ruhe und etwas zu essen, in einem Schnell-Innenbiss-Gun zeigt Lobsen deutliches Suchtverhalten. Gegenüber des seltsamen Likörs, wir erinnern uns, also das Zeug, was sie von den Springern eingeflößt bekommen haben. Und Landry vermutet jetzt, dass dieses Getränk mit einer Droge versetzt sein könnte. Mit Erschrecken stellen die beiden fest, dass sich Aras und Springer in der Terranischen Handelsmission eingenistet haben. Und damit, mit dieser Information, fängt Landry jetzt auch im Kopf bei sich an, den Inspektor Neary von der Handelsmission, die Glaubwürdigkeit so Stück für Stück zu entziehen. Doch während der Sonderagent noch vor sich hin siniert, erwischt es einen weiteren Bewohner von Lepso. Live und in Farbe erleben die beiden Terraner mit, wie ein sonst ganz vitaler Mensch binnen weniger Augenblicke zu einer Mumie degeneriert. Da man die seltsamen erkrankten Menschen aber immer nur einmal sieht und danach nie wieder, entscheidet sich Landry dazu, den Polizisten, die sich um den Kranken kümmern wollen, zu verfolgen. Und als die beiden in ein nahes Taxi springen und dem Fahrer verdeutlichen, dass sie eher dem Polizeigleiter folgen soll, ist es genau derselbe Fahrer, der Landry zuvor vom Raumhafen in die Stadt gebracht hat. Oh Wunder! Fünftes Kapitel. Lopsen verfällt in einen tiefen Schlummer, da er sich beim Essen binnen 30 Minuten fünf Gläser Starkbier zugeführt hat und während der Verfolgung oder während dieser Verfolgung immer tiefer in die Wüste führt, fängt er an, ein Blackout zu bekommen, umzufallen und einzuschlafen. Der Mann von Gosszuls Planet, der eben der Taxifahrer ist, stellt sich als ein sehr kundiger und erfahrener Planetenbewohner heraus. Er durchfliegt die halbe Wüste, bevor Landry es überhaupt bemerkt. Der Taxifahrer, der sich mittlerweile als Rall vorgestellt hat, wirkt auf Landry etwas zu kompetent und als der Gleiter schließlich nahe der Stelle landet, in der man den Gleiter der Lepso-Polizei hat landen sehen und man sich jetzt in einer seltsamen Tempelstadt wiederfindet, lässt Rall die Maske fallen und stellt sich als Larry Randall heraus. Von den seltsamen Tempelanlagen weiß weder die Bevölkerung, der Freihandelswelt noch außenstehende Behörden. Es scheint, als würden alle Kranken von der Polizei in dieser Anlage verbracht werden und dort findet man auch relativ schnell Opfer dieser seltsamen Erscheinung. Durch Zufall wird Landry auf einen einsam stehenden Kerl auf der zentralen Pyramide des Komplexes aufmerksam. Ron Landry wird unvermittelt an eine Vision gerissen, als er sich eben diesem Typen nähert, in der er sich näher in einem Meer aus furchterregenden Schreien wiederfindet, so ist es im Roman beschrieben, und eine Stimme verkündet hier im Zitat, Balol, hast du geschmäht? Den hässlichsten aller Tode wirst du dafür sterben. Und als er wieder zu sich kommt, findet er sich auf der Treppe der Pyramide wieder von mehreren toten Priestern umgeben. Er trifft Larry, als er die Treppe ganz bis nach unten gegangen ist und erfährt, dass sein Partner eine ganz ähnliche Vision erlebt hat. Einhellig beschließen die beiden, sich auf den Rückweg zu machen. Ron Landry wird sich immer mehr klar darüber, dass es sein Freund, eben der Mats Trampler war, der sie aus den Fängen der Priester befreit haben muss. Denn unter den Erkrankten hatte er den erkrankten Artgenossen eben auch gefunden und erkannt, was sein mysteriöser Freund in dem fahrbaren Aquarium wahrgenommen haben muss, weiß er natürlich nicht. Und als sie den Gleiter endlich erreichen, erkennen sie, dass sich Lopsen, den sie eben mit dem desaktivierten Gleiter zurückgelassen haben, davon gemacht hat. Sechstes Kapitel. Doch Lopsen, der sich in der Nähe des Gleiters versteckt hält, stellt die beiden Agenten mit einer Waffe, die er aus dem Gleiter entwendet hat. Richtige Profi-Aktionen von zwei terranischen Agenten, muss man an der Stelle mal sagen. Er fordert zu seinen Komplizen, also den Springern und den Aras, gebracht zu werden und wo er eine große Belohnung für die Auslieferung der terranischen Agenten erwartet. Landry, der die Komplizenschaft schon vorher vermutet hat, beginnt den nun übermütig gewordenen Lopsen auszufragen. Die Springer hatten die Leitung aus der terranischen Handelsmission angezapft und bis in die der Springer verlängert. Daher auch der Eindruck, dass Zuglott von der Handelsmission aus auf der Florida angerufen hat. Doch warum die Kranken jetzt zu den Ballol-Priestern geschafft werden, kann auch Lopsen nicht beantworten. Landry enttarnt den armen Kerl endgültig als Liquidiv- oder Likörsüchtigen, nachdem er so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte antizipiert hat. Der hat nämlich den Zuglott nur aufgesucht, weil er ihn für ein krummes Ding rekrutieren wollte, um eben an neues Geld für neuen Stoff zu kommen. Also so eine ganz klare Beschaffungskriminalität. Das ist auch der Grund, warum er eben am Anfang panisch geflohen ist und eben nicht vor Ort geblieben ist, um dem Zuglott zu helfen. Unser Landry kann den Abhängigen an dieser Stelle so gut mit seinen Worten fesseln, dass Randall zum Schuss kommt und den freiwilligen Kollaborateur außer Gefecht setzen kann. Die beiden fliegen umgehend nach Zaniton zurück und verschaffen Lopsen eine weitere Dosis des Liquidiv, dem Likör, von dessen Gefahrenpotenzial auf Lepso niemand etwas zu wissen scheint. Nach einem kurzen Bericht an Quinto konfrontieren die beiden Agenten Inspector Neri von der Terranischen Handelsmission. Der weiß zu berichten, dass dieses Liquidiv das erste Mal vor zwölf Terranjahren auf Lepso aufgetaucht ist und aus unbekannter Quelle erst vor wenigen Monaten zum echten Kassenschlager geworden ist. Das passt zu dem Zeitpunkt, an dem auf Lepso alle komplett verrückt geworden sind. Wir erinnern uns an die erste Taxifahrt. Und das, was der Taxifahrer damals, Randall als Taxifahrer, Rell, gesagt hat, dass seit ein paar Monaten alle komplett Banane sind auf Lepso. Die Ermittlungen von Neri bezüglich der mittlerweile verschwundenen 48 Terraner dauern zu diesem Zeitpunkt noch an, während die beiden Agenten von Quinto zur Erde zurückbefohlen werden. Und während Landry mit Neri sprach, haben Randall und Lopsen weitere Nachforschungen angestellt. Sie haben das Liquidiv bis zum Planeten Cinema im Loren-System zurückverfolgt. Landry deduziert an der Stelle, dass die Mumienseuche direkt mit Liquidiv zusammenhängt und eine Folge des Konsums sein muss. Man will dringend in die Tempelstadt zurück, um weitere Ermittlungen anzustellen. Und gerade als man das weitere Vorgehen nach der Rückkehr von Terra bespricht, taucht mitten im Raum der Matschtrampler auf. Der Fremde will sich verabschieden und die Terraner versprechen, die Heimat des Multimutanten zu besuchen. Zurück auf Terra dürfen sich die Agenten fünf Stunden erholen, während Quinto Lopsen in Beschlag nimmt. Der Oberst brieft seine Leute oder seine Männer, an der Stelle muss man ja sagen, das ist ja eine reine Männerdomäne, zu dieser Zeit noch, über die terranischen Erfahrungen mit den Antis und schickt sie erneut mit einem klaren Auftrag nach Lepso. Periordan hat sich persönlich eingeschaltet, denn auf der Erde sind ebenfalls Fälle der Liquidivkrankheit aufgetaucht. Zurück auf Lepso sollen die Agenten so viele Gefangene wie möglich befreien und herausfinden, was die Springer und Aras bezwecken wollen. Ron Landry an der Stelle lässt sich mit einem chemischen Mittel ebenfalls Pseudo-infizieren und wird in die Tempelstadt verschleppt. Dort werden Wesen der gleichen Spezies immer in den gleichen Gebäuden untergebracht und zu treuen Gefolgsleuten Balols erzogen. Achtes Kapitel Landry absolviert die ersten dreistündigen Traumschulungen, so kann man sich das vorstellen, und findet sich so langsam im Gefängnis zurecht. Stück für Stück kommen die anderen fünf Männer an, die ihm oberst Nike Quinto mit auf den Weg geschickt hat. Er trifft auch auf Zuglott, der ihn von seinem ersten Kontakt mit Liquidiv über seinen Kollegen Edmund Juer erzählt hat. Also dieser Edmund Juer ist eine Schlüsselfigur für uns. Edmund Juer, der ebenfalls Biomediziner war, verschwand eben kurz darauf. Zuglott hat detaillierte Aufzeichnungen und Forschungen zu seiner Sucht angefertigt, händigt dem Landry noch eine Fotografie von Juer aus und währenddessen bringt die Florida das Einsatzteam um Larry Randall zu einem akunidischen Robotschiff. In weiteren Instruktionsstunden wird Landry als Verräter enttarnt und die Priester versuchen erneut, ihn zu töten. Das scheitert jedoch glücklicherweise daran, dass Landry geistig noch zu widerstandsfähig ist und sich wehren kann, weil er eben kein echter Süchtiger ist. Neuntes Kapitel. Während sich Landry den Priestern entzieht, fingiert das akunidische Robotschiff einen Absturz auf Lepso. Und gerade als Landry glaubt, entkommen zu sein, attackieren ihn die Priester mit ihren letzten Mitteln, dem Feuer der Wahrheit. So nennt man das im Roman. Das eben auch alle ihre Kräfte aufzehrt. Das ist der letzte Versuch, um an ihn ranzukommen. Auch so eine parapsychologische Nummer, wie das halt bei den Antis immer der Fall ist. Das notgelandete Schiff kann in direkter Nähe zum Tempel die von den eingeschleusten Agenten befreiten Terraner an Bord nehmen. Und als letzter schafft es eben auch Landry selbst an Bord. Die Priester, die sich eine Inspektion des nahe bruchgelandeten Robotraumers eben nicht nehmen lassen, können die Entflohenen nicht finden. Und nach einigen Reparaturen startet das Akunidenschiff wieder in Richtung Zaniton. Zurück auf Terra, also wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Zurück auf Terra kann sich Quinto nicht erklären, welchen psychedelischen Erlebnissen Landry da durchgemacht hat oder durchgemacht haben muss. Er dankt den beiden im Namen des Administrators und erzählt von einer weiteren Spur, die man durch die Fotografie von Ewer gefunden hat. Denn der Mann auf dem Bild ist niemand anderes als Thomas Cardiff. Wahnsinn. Das beendet die Handlung und wir steigen rein ins Fazit. Bei der Landung auf Lepso gibt es mietbare Gleiter der Marke Ford, die sich im besten kapitalistischen Sinne über die bekannte Galaxis ausgebreitet haben. Das ist ein sehr, sehr schönes Detail, finde ich sehr, sehr optimistisch. Und ein weiteres schönes Detail ist, dass Quinto seiner Agenten im Rahmen der Hypnosschulung ganze Szenen aus den Wahrnehmungen anderer erfahrbar machen kann. Und hier im Zitat, damit ihr eine Vorstellung habt, wie diese Technik hier implementiert ist, Im Programm ist eine Bewusstseinsschablone des Majors Kintzim von der Florida enthalten, der das TTT-Gespräch mit Zuglott geführt hat. Nach der Schulung werden sie sich fühlen, als hätten sie das Gespräch an Kintzims Stelle geführt. Außerdem fand ich ganz cool, was im vierten Kapitel kommt, hier nochmal im Zitat, bei dieser Gelegenheit fiel Ron ein, dass er in der Gefangenschaft der Springer wohl einen ganzen Tag verschlafen haben musste. Er kam sonst mit seiner Zeitrechnung nicht ins Reine. Voll sympathisch finde ich das, wenn der Autor merkt, dass er den Plot nicht mehr so ganz gut getaktet bekommt. Und im Sinne, ach so, das habe ich vergessen, lässt er jetzt hier den Protagonisten denken, ach Mensch, ja klar, ich muss da mindestens einen Tag verschlafen haben. Der Infodump, den man ab der Wüste erhält, das fühlt sich an wie eine Wand beim Lesen. Bam, du knallst da davor mit dem Kopf und weißt gar nicht mehr, wo du bist. Das ist nicht so schön, das macht mir weniger Spaß. Das passiert bei Kurt Maa ganz gerne mal, dass er so diese, ja, so dusselig, so gefühlt dusselig ins Erzählen kommt und eben ins Abladen von Informationen. Das macht nicht unbedingt Spaß und das passt auch nicht in das sonstige Pacing und in die Stimmung von dem ganzen Heft. Also nochmal ganz kurz, um das zu rekapitulieren. Wie dumm ist es bitte, sich selbst infiziert in die Hand der Feinde zu begeben, wenn der Zugang zu dieser Tempelanlage auch für mehr Einsatzkräfte gangbar gewesen wäre. Also wir haben ja die Möglichkeit, einfach von oben ran zu fliegen oder das Raumschiff dort zu landen oder eben Roboter einzusetzen, you name it. Wo ist das Problem? Wie kommt man auf diese Idee mit diesen Ressourcen, die man hat, so eine Operation zu starten? Das verstehe ich immer nicht, dass das dann immer künstlich so ins Blöde gezogen werden muss. Da muss man sich einfach eine andere Konstruktion einfallen lassen. Dann muss dieser Tempel eben unterirdisch unter der Stadt erbaut sein oder dieser Ort, wo die Kranken untergebracht sind. Das muss ja nicht in dem Tempel sein. Das kann ja auch unter Zaniton sein. Und zack, bumm, habe ich eben die Situation, dass ich da nur Agenten reinschicken kann. Oder es ist wesentlich realistischer in der Denke, dass man dort nur mit Agenten hinkommt. Oder meinetwegen nach dem ersten Vorstoß haben die Bar-Lol-Priester diese Tempelanlage geräumt und sind woanders hingegangen. Und dann gibt es halt einen Grund, warum da keine Raumschiffe sein können. Also dass das eben in dieser Tempelanlage ist, das ist einfach wieder so ein augenfälliger Punkt, wo es unlogisch wird. Und an anderer Stelle wird mit Infodumps so viel Zeit verschwendet, dass halt hier keine gescheite Konstruktion, keine realistische Konstruktion umgesetzt werden kann. Das finde ich ein bisschen gefällt mir nicht. Was soll das? Warum werden die Fähigkeiten der Antis hier so erweitert? Warum muss das immer sein? Ich meine, ja, wir brauchen Antagonisten. Und ja, klar, das Thema Mutanten ist sicherlich spannend, auf terranischer Seite und eben auch auf Gegnerseite. Aber warum habe ich jetzt hier mit den Antis so wechselnde Fähigkeiten? Das wird in Folgeromanen dann noch viel schlimmer. Im vorhergehenden Band konnten Antis immer nur andere Fähigkeiten blockieren und ihre Schutzschirme verstärken. Das wird jetzt hier natürlich elaborierter. Aber hier kommen jetzt noch diese Wunschreisen oder diese Traumreisen mit dazu. Diese Visionen, die sie da auslösen. Das finde ich ein bisschen komisch. Was soll eigentlich diese ganze Story für diesen Twist? Ich meine, der Kernpunkt von dieser Geschichte ist ja eben, dass diese Edmond Jua, das ist ja die Information, hinter die man kommt, eben aussieht wie Thomas Cardiff. Okay, verstehe ich, dass das hier als Kick-Off genutzt wird. Aber dann suche ich mir doch irgendwas, was ein bisschen organischer funktioniert, was ein bisschen bedrohlicher ist, um eben auch so dieses Horror-Ding rüberzubringen. Dass auch immer diese Agenten dann zurück nach Terra gehen, dort neu ausgestattet werden, um dann wieder in den Einsatz zu starten. Ja, das ist von der Denke her realistisch, aber das läuft halt komplett dieser Stimmung entgegen. Ich meine, im Moment, wenn wir, keine Ahnung, auf Seite 50 im Heft erst in diese zweite Mission rein starten, ist ja schon klar, dass das schnell gehen muss. Wir haben nur noch zehn Seiten. Also da komme ich mit der Struktur vom Roman nicht ins Reine, da komme ich mit dem Aufbau vom Roman nicht so ganz ins Reine. Und da komme ich auch so mit dieser Grundidee. Ja, ich will die Wüste, ja, ich will die Zombies, aber das kriege ich auch anders verkauft. Ich finde, dieser Roman lebt am Ende des Tages nur von zwei schönen Momenten mit Landry und Randall und mehr eigentlich bis auf halt diese coole Idee, dass man von dieser Droh gealtert. Die kommt aber, denke ich, nicht von Kurt Maher. Ich denke eher, dass das so eine zentrale Entscheidung ist, die hier im Exposé vorgegeben war. Deswegen kommen wir zur Wertung. Machen wir es kurz. Also für mich war das gar nichts. Das ist halt nur ein bisschen Buddy-Movie-Action, also zwischen Ron Landry und Larry Randall und Bromance. Und ansonsten ist es eigentlich nur Quälerei. Und deswegen gibt es von mir drei von zehn möglichen Punkten. Alles klar, wenn ihr jetzt sagt, Mensch Christ, das ist doch der beste Roman, den ich jemals gelesen habe, sagt mir das bitte. Teilt mir das mit, schreibt mir einen Kommentar in den Blogbeitrag, über die sozialen Medien. Lasst auf jeden Fall von euch hören. Ich finde das immer ganz, ganz spannend. Und wenn ihr irgendwie was beizutragen habt, wenn ihr sagt, oh Mensch, das war doch eigentlich ganz anders. Wie war jetzt hier die Situation mit dem oder mit dem? Tauchen die Mats Schramper vielleicht nur dieses eine Mal in diesem einen Roman auf? Oder ist das halt eine Spezies, die uns weiter begleiten wird? Das finde ich natürlich immer spannend, wenn ihr das dann in den Kommentaren so mit reinbringt, in die Diskussion. Und ich will natürlich nicht nur ein bisschen Traffic auf unseren Kommentarfunktionen auslösen damit, ich möchte natürlich auch in einen offenen Dialog mit euch einsteigen und finde das dann immer spannend, was sich daraus ergibt. Ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an info-at-weltendee.com oder stardustruf-terra-at-weltendee.com Wenn ihr noch einen Pax Terra Sticker haben wollt, den ihr nur podcast-exklusiv bei uns bekommen könnt oder eben bei den Freunden vom Radio Freies Erdrus, dann schreibt mir eine Mail mit dem Betreff Pax Terra an info-at-weltendee.com Alles klar, das war Folge 108, Die Wüste des Todes. Ich bin Chris, das ist Dardustruf Terra. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Wüste des Todes. Die Wüste des Todes. Der Plan der Antis wurde durch die Männer der Abteilung 3 zwar entdeckt, doch nicht in seinen ganzen furchtbaren Ausmaßen. Mehr darüber berichtet Kurt Brandt im nächsten Perirodern der Blockadenring um Lepso. Die Wüste des Todes. Die Wüste des Todes. Untertitelung des ZDF, 2020